Moment, wir haben noch kein Signal. Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac. Scheiße, man, seit dem letzten Update von Windows, denke ich, hat sich irgendwie etwas verstellt. Jetzt muss ich immer warten, bis das Signal da ist. Voll professionell, nicht wahr? Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac. Ihr seht schon, wir spielen etwas ganz Besonderes. Oh ja, The Binding of Isaac Revelations ist eine Mod, die Edmund gestern getweetet hat, dass man sie unbedingt auschecken soll, weil sie cool aussieht und sie sieht wirklich cool aus. Wortwörtlich, denn das ganze Thema ist Eis und ich würde sagen, wir hüpfen jetzt hier direkt rein und machen mal ein paar Ründchen. Es gibt einen neuen Charakter und ich würde sagen, wir spielen einfach mal mit jedem Charaktereimer diese Mod und gucken mal, ob wir neue Items finden, neue Gegner, neue Bosse, coole neue Combos und wir fangen jetzt an mit Sarah. Sie hat auf jeden Fall das Item Penance und Broken Wings. Okay, keine Ahnung, was das ist. Meine allererste Runde, Revelations. Ich glaube, das sollte die Wartezeit ein bisschen an Antibirth verkürzen, nicht wahr? Okay, was ist denn hier los? Wir haben auf jeden Fall da komisches, ist das ein Item oder sind das, ist das irgendein komisches neues Zeichen? Funktioniert der Charakter ganz anders? Blau, schwarz und goldenes Herzchen. Okay, ich habe das Gefühl, dass der Charakter irgendwann Herzchen droppen wird und dieser Raum ist fies, man. Da bin ich mal reingerannt, schießend und habe mich selbst in die Luft gejagt. Ich glaube, so habe ich sogar auch meinen Streak im Livestream verloren. Und das war vielleicht ziemlich blöd. Okay, der Damage ist auf jeden Fall ganz gut. Die Fire Rate auch. Ist ein durchschnittlicher Charakter. Na gut, über die Frisur kann man sich streiten, aber es sieht schon nicht schlecht aus, nicht wahr? So, folgendes würde ich jetzt gerne machen, und zwar hier so sprengen, um Münze und Schlüssel zu bekommen. Boom, sehr schön. Zack, her damit und her damit. Auf jeden Fall ist unser Flügel gebrochen, nicht wahr? Wir sind ein gefallener Engel. Oh, und das hier ist direkt ein neues Item, glaube ich. Oder ist es umgepixelt? Äh, Fäkalfreak. Äh, was? Backwards? Nein! Was ist das denn für eine Scheiße? Wortwörtlich. Ich muss jetzt rückwärts schießen. Oh nein. Oh nein. Und guck dir mal meine... Ach du Scheiße. Wir fangen direkt an mit einem Troll-Item. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Okay. Und boom. Was haben wir hier? Okay, Bombe, Schlüssel, dies, das. Ähm, ich bin jetzt gerade ziemlich überfordert. Scheiße, Mann. Aber es kann sein, dass da... Wir vielleicht eine ziemlich krasse Combo bekommen, nicht wahr? Wir brauchen halt nur ziemlich viel Range, Mann. Und es gibt eigentlich ziemlich viele Range-Up-Items. Ach du Jemine. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass dieser Run ganz besonders wird. Gut, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld, damit wir im Shop kaufen können. So, das ist übrigens ein neuer Speicherstand, wo kein Geld im Automaten drin ist, denke ich. Aber wir alles freigeschaltet haben. So. Äh, okay. Einmal hier lang. Lass ich die ganze Zeit... Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Kann man über diese Cod-Häufchen hier laufen? Nein? Ach, ich verliere ab und zu einfach Scheiße von hinten. Sehr schön. Das ist aber ein... Das ist eine lustige Sache. Ein kleiner scheißender Engel. Oh Mann. Oh, das ist ein cooler Raum. Perfekt. Der ist neu, oder? Oh, haben die den modifiziert, weil... Guck dir das mal an hier. Die, 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 die merken schon, wie nervig dieser Rackman auf der ersten Ebene ist und haben jetzt hier noch Kackhäufchen platziert. Oh Mist. Das lief natürlich jetzt nicht so gut. Jetzt haben wir unser HP-Upgrade verloren. Ups. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh mein Gott. Mein Gehirn muss sich erstmal dran gewöhnen hier. So. Das ist sehr gut, dass dieser Mod jetzt rausgekommen ist, weil... Ich war ein bisschen... Ich war ein bisschen so in... Oh, Isaac. Ich hab keine Lust nochmal was aufzunehmen. Isaac, Isaac, Isaac. Und das sorgt jetzt dafür, dass es... Also das bringt frischen Wind rein, nicht wahr? Und wir haben auf jeden Fall Fire Raid ab. Sehr schön. So. Folgendes machen wir jetzt. Ich glaub, ich hol mir mal diese Karte. Es könnte eine Joker-Karte sein. Es ist Ace of Hearts. Das ist aber nicht schlecht. Ich hab die Karte jetzt nämlich lieben gelernt, denn man hat auch die Möglichkeit, nicht nur rote Herzchen zu bekommen, sondern auch blaue oder schwarze Herzchen, nicht wahr? So. Und ich frag mich, was das... Was wir für ein Item haben. Oh, ein blaues Herzchen. Okay, das ist... Das ist abgefahren. Haben wir einfach so bekommen jetzt. Sehr schön. Ähm... Oh, hier könnte vielleicht noch Geld drin sein. Dann machen wir daraus ein Herzchen in der Hoffnung, dass wir vielleicht etwas Cooles bekommen. Oh man, das ist... Das ist fast wie Tiny Planet. Mit Tiny Planet schießt man ja auch rückwärts eher. Also weg vom Gegner, weil da die Tränen besser treffen. Okay, ich hab einfach mal E-So-Farzei eingesetzt bei diesem Herzchen in der Hoffnung, dass das vielleicht auch zu einem... Äh... Zu etwas wird. Ach du Scheiße. Okay, wir haben aber auf jeden Fall gut Damage bekommen. Das sieht so dämlich aus, wie wir einfach solche Kackwürste schießen. Das ist voll dämlich. Wie soll ich die erste Folge nennen? Kackwurst? Wow. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm... Diese hier hätten wir alle verwandeln können, aber scheiß drauf. Komm, machen wir das Feuer auch aus, weil ich will diesen Run unbedingt überleben. Ich möchte nicht sterben. Und ich frag mich auch, wo diese Bonus-Ebene ist. Wisst ihr? Es gibt ja eine neue Ebene, wo alles cool ist. Außer ich hab die Mod falsch installiert. Dann ist doof. Ähm... Aber die Items funktionieren ja. Okay, wir haben ein blaues Herzchen aufgehoben, aber nichts ist passiert. Aha, 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 aha. Gut, nimm mal das hier mit und... Ich weiß nicht, ob wir es jetzt einsetzen. Ich glaub, ich warte damit lieber. Vielleicht könnten wir dann, ähm, in den Kampfraum rein und einen Kampfraum überspringen am Ende der Ebene. Machen wir dich auch nochmal kaputt. So, let's go. Mal gucken, was die Mod sonst so zu bieten hat. Oder vielleicht wurde die Chest-Ebene komplett fern. Ich weiß, ich hab... Oh, 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 nein. Oh! Die blauen, schwarzen oder goldenen Herzchen werden geopfert für Stat-Boosts. Oh mein Gott. Okay. Das ist natürlich interessant. Deswegen brauchen wir jetzt unbedingt ein Item, das uns rote Herzchen gibt. Das Buch aus dem Angel-Deal. Ähm, nein, gar nicht, Mann. Warte, was brauchen wir? Die Karte aus dem Angel-Deal. Richtig, die brauchen wir. Okay. Das ist jetzt natürlich ziemlich, ähm, interessant. Aber gleichzeitig könnten wir jetzt auch ein Buch finden und uns ganz viele blaue Herzchen machen und dann die alle opfern für Stat-Boosts. Sehr schön. Gut, das mit dem blauen Stein gesprengt. I like it. So, was haben wir hier? Oh, shit, 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 shit. Oh, ich will auf jeden Fall den Devil-Deal mitnehmen, aber ich kann eigentlich kein Devil-Deal mitnehmen, weil ich dann voller Marsch bin. Oh, hallo. Oh, äh, ich hab leider keine Bombe. Ah, Problem gelöst. So, Moment mal. Ich guck mal, ob wir hier vielleicht sprengen können für den Geheimraum. Ne, ist er nicht. Okay, noch ne Bombe bekommen, das ist sehr schön. Und wir können unbedingt in den Shop reingucken. So, Konzentration. Schön anscheißen die Mistviecher. Tja, ich werde die erste Folge Kackfuss nennen. Super. Super, super, super. Ist alles richtig? Ja, ist alles richtig eingestellt. Mein Greenscreen ist jetzt auch endlich da. Also der neue von Elgato. Der hat ein super gutes Grün und wird gut gecaptured von meiner Kamera. Aber wie gesagt, irgendwie seit dem Update gestern, äh, funktioniert das nicht richtig. Und ich hab immer kein Signal. Und ich will Isaac-Folgen schneiden, weil ich müsste sie dann nochmal rendern. Und das dauert voll lange, Mann. Und ich lad die Isaac-Folgen einfach mal direkt hoch, ohne zu rendern, ohne zu schneiden, sonst was, ne? Boop, boop, boop. Einfach rein damit. Zack, zack, zack. So. Sehr schön. Hoi, 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 hoi. Was haben wir hier drin? Ah, vielleicht hätte ich erstmal mal Options checken sollen. Okay, das ist jetzt natürlich ein, das ist jetzt natürlich ein Kollege, der uns helfen kann, ganz stark zu werden. Perfekt, Mann. Was ist das? Das checken wir auf jeden Fall gleich aus. Moment mal, aber erstmal möchte ich mir hier etwas holen. Oh, sehr schön. Ein Dice-Shard und Pandoras-Box. Was kriegen wir hier auf dieser Ebene von Pandoras-Box? Wir kriegen hier, okay, Schlüssel, Münzen und so ein Shit. Ich kauf mir auf jeden Fall das hier. Wir setzen gleich E-Boss ein. Erstmal mache ich den Boss. Oh, Moment, 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 Moment. Erst nehmen wir das hier. Okay, also kann man das über den Shop also betreten? Gut, da gehen wir gleich mal rein. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. I don't know, Mann. I don't know. Pass auf, bevor wir das aber machen, gehe ich mir ganz kurz hier... Oh, mein Dark Bomb. Da ist irgendwie ein Sprite-Fehler, nicht wahr? Dark Bomb ist weg. Nein. Oh, shit. Ich wollte eigentlich noch in den Kampfraum rein. Egal, Scheiß drauf. Okay, komm, Dark Bomb. Nimm das hier mal mit. Das ist der jetzt nervig, dass der... Okay, er existiert noch. Er existiert noch. Sehr schön. Ja gut, nehmt ihr das hier noch alles mit? Ja. Oh, da ist ein Super Rock, sehe ich gerade. Machen wir auf jeden Fall. Das ist ja jetzt blöd, Mann. Uiuiui, aber das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Stealth-Boost, oder? Oh, yes. Okay, let's go. Wir müssen auf Angel-Deals gehen und brauchen ganz, 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 ganz viele rote Herzchen, Mann. So geht das nicht. Okay, lassen wir erstmal den Boss machen. Sehr schön. Wenn wir zum Beispiel Abaddon mitnehmen, dann sind wir ja voll im Arsch, Mann. Wenn wir jetzt Abaddon mitnehmen, dann sind wir voll im Arsch. Genau wie meine Kackhäuchchen. So, arbeiten wir mal ein bisschen mit Bomben zusammen, weil der Typ zu viel Leben hat und wir zu wenig Damage. Aber das ändert sich hoffentlich auf der nächsten Ebene. Komm schon, range up, range up, range up, range up. Äh, scheiße. Ey, Moment mal, ich hab's gesehen. Hier ist der Angel-Deal aufgegangen. Da. Moment mal. Oh, nein. Ist die Mod wieder falsch installiert? Ich meine, guckt mal. Liebe Zuschauer, was? Wie kann man Mods falsch installieren? Ich hatte eine cleane Datei und hab sie eingefügt. Einfach, ich hab einfach geklickt. Installieren. Fertig. Hab gestartet, so wie man's machen sollte. Und jetzt bekomm ich keine... Oder vielleicht bekommt man sie nicht, weil man diesen Raum da oben geöffnet hat oder so. Oh, Mann. Bekomm ich jetzt nie einen Deal? Oh. Das ist jetzt aber nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, Mann. Wie kann man denn... Ich... Egal, beruhigen wir uns. Vielleicht ist das irgendein Fehler der Mod, nicht wahr? Es muss ja nicht Edmunds schuld sein. Nicht immer. Schwarzmarkt vielleicht? Oh, tatsächlich bekommen wir einen Schwarzmarkt. Lass mal reingucken. Bekommen wir wirklich einen Schwarzmarkt? Ich hatte lange keinen Schwarzmarkt mehr. So, also wo man auch durchgehen kann. Den hatte ich echt lange nicht mehr, tatsächlich. So, nimm dir erstmal die Bomben hier mit. Pyro. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in diese Eis rein. Das ist nämlich jetzt die Neuheit. Die große Neuheit in dieser Mod. Und wir opfern unsere Teile für nichts. Doch, doch. Warte mal. Aber wieso fliegen meine Kackhäufchen jetzt schneller? Oh. Egal. Ich nehm das jetzt. Ich nehm diese Folge. So, falls ihr Ideen habt, dann haut sie raus. Ach du Scheiße. Das hängt jetzt schon sehr stark an Anti-Burf. Nicht wahr? Hier. Diese neuen Ebenen und so. Okay. Ich werde auf jeden Fall eingefroren. Das ist nicht cool. Okay. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit dir? Oh. Moment mal. Ich habe plus 99. Warte mal. Ich habe. Ich habe. Ich habe die Chance dazu bekommen auf einen Deal. Und ich bekomme hier übrigens. Ich begreife gar nichts mehr. Ich begreife gar nichts mehr. Ich habe. Ich wurde getroffen, aber habe die Chance dazu bekommen. Okay. Sehr schön. Ich muss sagen, dass dieser Schnee ziemlich nervt, Mann. Da muss ich direkt sagen, das nervt. Das kriselt so kräftig. So. Okay. Weiter geht's. Unser Dark Bomb ist gerade wieder da. Komm. Nimm mit hier. Die Frage ist jetzt. Ist meine Stat-Leiste vielleicht verbarkt? Und wieso kommen wir da nicht rein? Muss ich das sprengen? Ja. Tatsächlich. Oh nein. Das ist aber ein Zacki-Zacki-Raum, oder? Wenn ich da reingehe, bin ich tot, weil ich habe nicht genug Leben. Das checken wir gleich aus. Diese Feuerdinger machen anscheinend keinen Schaden. Die schubsen nur ein bisschen. Oh, heftig, Mann. Oh, heftig. Komm, stirb, stirb, stirb. Yes. Er ist tot. Ich mag die Musik aber und die Atmosphäre. Die ist wirklich sehr cool, ne? Okay. Was machen diese Gegner? Wir müssen jetzt die ganze Zeit neue Gegner kennenlernen und so. Das ist aufregend. Das gefällt mir. Okay, da ist ein Eisblock. Ist der vielleicht anders? Sind das die blauen Steine auf dieser Ebene? Gib mir das mal. Oh, ich wollte es eigentlich haben. Okay. Ich will unbedingt in den Zacki-Zacki-Raum reingucken, aber ich weiß nicht, ob wir auf dieser Ebene wirklich einen Herzchen Schaden bekommen. Nein, tatsächlich nicht. Uns hat anscheinend eine super Form getroffen. Deswegen. Okay. Aber wenn es so weitergeht, sind wir gleich am Arsch. Was trifft mich denn alles hier? Meine Goethe. Was trifft mich denn hier alles? Kann ich das Feuer ausmachen? Nein, geht nicht. Oh, oh. Ich habe da ein ungutes Gefühl bei der Sache und ich will unbedingt in diesen Spiegel reingucken. Na komm, mach kaputt hier. Sehr schön. Ich schnappe mir mal das blaue Herzchen, denn sonst sind wir im Arsch. Sehr schön. Gut, 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 gut. Gut, ausschau halt nach irgendwelchen komischen Steinen hier, denn wir brauchen sie. Wir brauchen... Oh mein Gott. Okay, was ist das? Okay, ganz simpel. Ist simpel, ist simpel, ist simpel, ist simpel. Ich habe den Stachel-Heini nicht gesehen. Verdammte Scheiße. Wenn da jetzt roter Herzchen drin sind, brauche ich sie. Unendlich Bomben. Verdammt nochmal, wir brauchen aber Leben. Kann ich dieses Feuer hier sprengen? So, Moment mal, wir müssen vorsichtig spielen. Ähm, ich gucke mal, ob hier irgendwo der Geheimraum ist. Nein. Nein. Es kann echt sein, dass der Charakter einfach ganz komisch gespielt werden muss. So, und deswegen haben wir da gerade... Warte mal, jetzt haben wir die Chance auf einen Deal verpasst, also verloren. 18? Vorhin haben wir sie bekommen. Oh mein Gott, ich glaube, Sarah ist einfach nur ein komplizierter Charakter, nicht wahr? Oh, bitte lasst mich in Ruhe, macht keinen Scheiß. Da ist auch nicht der Geheimraum. Moment. Ist der vielleicht hier oder so? Der ist ein super Geheimraum. Aber wie sieht es aus mit diesen Steinen hier? Ups, Bäuerchen. Mein Angstbäuerchen war das. So, einmal hier dran formal. Dann lass uns mal nach unten gehen. Lass uns erstmal hier unten auschecken, was hier so abgeht. Weg mit diesen Dingern. Ach du Scheiße, ich slide hier hin und her. Diese Ebene ist wirklich sehr schwer. Okay, da ist ein halbes blaues Herzchen. Gut, gut, gut. Moment mal, ich kann hier drüber schweben? Okay. Oh, scheiß die Wand an. Oh, scheiß die Wand an. Oh, scheiß die Wand an. Okay, okay. Du bist ein ganz normaler? Dich kennen wir. Okay, okay. Oh, heftig. Heftig, heftig, heftig. Das ist wirklich schwer. Das ist eine schwere Ebene. Und das ist ein Kampfraum. Will ich den machen? Oh. Ich glaube, ich will ihn machen. Will ich ihn machen? Das ist... Ich will ihn machen. Oh, was ist das hier? Das ist Fates Reward. Wir können fliegen. Gut. Aber ich kann irgendwie nicht fliegen, weil meine Flügelchen gebrochen sind. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, was gibt's hier? Das ist auch ein Item. Das ist Steven. Damage Up. Okay. Und was ist hier so? Ich bräuchte vielleicht ein Herzchen. Das wäre ziemlich cool. Ja, das ist ein Herzchen. Okay, okay, okay. Konzentration. Konzentration. Wir haben auf jeden Fall ein Damage Up bekommen. Das ist gut. Und wir können mit Bomben arbeiten. Und der Typ sieht einfach nur anders aus, aber macht die gleichen Angriffe. Okay, gut zu wissen. So. Okay, Dark Bomb will uns immer noch nichts geben. So, sag mal hier meine Bombe ein. Gönn dir. Oh, scheiße, hast du viel Leben, Mann. Ich glaube, wir sollten diese Eisebene erst sehr spät betreten, Mann. Aber ich weiß nicht, wann der nächste Eingang ist, nicht wahr? Aber gut, wir haben uns jetzt ein bisschen gerettet hier. Schade, dass wir nur Curse of the Blind haben, wie es aussieht. Okay, Bomben legen. Bomben legen, definitiv Bomben legen. Sehr gut. Bomben legen. Sehr gut. Das Blöde ist, wenn ich zu nah an der Wand bin. Ach so, Fates Reward haben wir. Ups, ich habe es verwechselt. Das ist ja unser blauer Kollege, der mir gar nicht mithelfen kann, weil er jetzt in die andere Richtung schießt. Oh nein, ist das eine Katastrophe mit diesem Scheißhaufen Item. Ich weiß schon, aber welches Item ich schon mal nicht mitnehmen werde beim nächsten Mal. Oh, der Damage ist aber jetzt super gestiegen. Das fühlt man richtig. Judgment. Na, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Vielleicht kriegen wir noch sehr viel Geld, aber erstmal will ich mein Geld behalten. Oh shit, okay, Bomben legen, definitiv. Definitiv Bomben legen. Wir wurden, oh. Shit, 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 shit. Wir wurden eingefroren. Das ist nicht gut. Das heißt, wenn sie auf... Warte mal, da wurden wir wieder eingefroren. Warum werden wir eingefroren? Ich verstehe das nicht. Guck mal, warum werden wir verlangsamt? Durch welchen Effekt? Ich verstehe das nicht. Immer noch nicht. Der Devil haben wir. Sehr schön. Das ist der Zacki-Zacki-Raum. Moment mal. Dann ist der Raum rechts also ein ganz normaler Raum, oder was? Ich spreng den Kollegen mal ganz kurz. Oh, heilgeheim Raum. Sehr schön. Hallichen. Okay, ein paar Münzen bekommen. Dankeschön. So. Ist das eine große Ebene. Kann sein, dass es hier immer Curse of the Blind ist? Und kann sein, dass meine Tür jetzt verschwunden ist? Nein, sie ist da noch. Aber was, wenn das der Ausgang ist? Das sieht aus wie der Ausgang. Lass mich das mal bitte ganz am Ende der Ebene auschecken, okay? Oh, so viele Geheimnisse. So viele Geheimnisse. Und wo ist hier der Itemraum? Ob hier dasselbe Prinzip ist wie bei Anti-Burf, wo du die schweren Ebenen machst, aber dafür belohnt wirst mit Itemräumen, wo doppelte Items drin sind? Das kann ich mir auch gut vorstellen. In den Zaki-Zaki-Raum reinzugehen traue ich mich noch nicht. Da verliere ich dann zu viel Leben. So. Dann lass uns mal den Rest der Ebene auschecken. Riesig, Mann. Riesig. Ob es hier auch einen neuen Endgegner gibt? So. Ich mag unseren Damage jetzt. Der ist wirklich sehr gut. Hat das auch so einen kleinen Splash-Effekt? Ich glaube schon. Ah, hier Curse of... Nee, ich glaube, das Item schnappe ich mir nicht. Ich behalte lieber mein Geld. Hoffe aber, dass das eine Joker-Karte ist. Nee, Huge Grow. Okay, nehme ich mit. Weil ich denke... Ah, wobei... Nein, ich glaube, dass der Boss auf dieser Ebene echt krass wird. Und da brauchen wir vielleicht Huge Grow. Oder definitiv brauchen wir heilige Scheiße Huge Kacke. Oh mein Gott. Was passiert hier? Überall Eis. Okay, dieser Schnee-Effekt ist tatsächlich nur in manchen Räumen sehr stark vorhanden. Gut. Fällt mir jetzt gerade auf? So, in die andere Richtung schießen. Und da ist der Item rum. Da will ich unbedingt noch reingucken. Huah! Oh nein, stimmt. Wir haben ja Curse of the Blind. Na, mal gucken, was wir bekommen. Und es ist The Wiz. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Ja, der allererste Run hat dann so eine Katastrophe. Ach du Scheiße. Okay, ich meine, es ist jetzt nicht so schlecht, aber man braucht dafür die richtige Item-Kombo. Ist fast wie 2020. Nur ein bisschen anders, nicht wahr? Und hier ist jetzt der Boss drin. Und den machen wir jetzt mal. Es ist Stalag... Stalagmite. Wir setzen direkt Huge Grow ein. Oh, Scheiße. Okay, okay. Konstantation. Oh, oh, oh. Ich darf nicht in der Ecke stehen. Ich darf nicht in der Ecke stehen. Und außerdem verwandelt er sich noch. Ganz komisch. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Polydactyli. Oh, Moment mal. Das ist ja eine scheiß Dickkarte. Hm. Okay, folgendes. Wir machen mal das Feuer aus, weil... Warte mal. Hier ging es auch gar nicht weiter, oder? Doch, hier ging es weiter. Gut, jetzt könnten wir mal diesen Glasraum da auschecken. Wahrscheinlich ist das noch so ein extra Raum für ganz fiese Dinge oder sowas. Ähm, ich spreng dich mal. Gib mir mal Leben. Japp, 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 japp. Das nehme ich mit. Nicht du. Black Rune. Ich meine, wir könnten es riskieren, in den Zaki-Zaki-Raum reinzugehen. Riskiere ich das? Will ich das riskieren? Hier könnte der super Geheimraum sein. Let's go. Checken wir auch noch aus. Nice. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm. Schnapp dir alles hier. Schnapp dir alles und gib mir Leben, was wir gleich alles verlieren werden. Scheiße. Bisschen traurig, was? So, bevor ich das aber alles aufhebe. Ja, drop mal. Drop mal. Vielleicht noch ein. Genau, noch ein. Sehr schön. Gehe ich ganz kurz in den Zaki-Zaki-Raum rein, okay? Bam, bam, bam. Und ich hoffe, dann bekommen wir einen kleinen Stats-Boost. Und ich hoffe, das war nur verbuggt, Mann. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, diese Seite. So, lass uns den Raum auschecken. Ein paar HP-Upgrades werden jetzt. Nicht schlecht, aber hey. Was weiß ich schon. Was weiß ich schon. So. Guten Tag. Okay, ein paar Kisten. Sehr schön. Vielleicht werden wir reingebottet. Leider nicht, Mann. Leider nicht. So. Ah, Matchstick. Nein, nein, nein. Kann ich nicht zwei Trinkets tragen? Nee, zwei. Warte mal, was? Ich kann zwei Karten tragen, nicht wahr? So ist es. Dann behalten wir jetzt Black Rune und Dice-Shard. Moment mal, wo war Dice-Shard nochmal? Ace of Spades. Der Dice-Shard war im Shop, denke ich mal, nicht wahr? Ja, 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 das könnte sein. Den dürfen wir jetzt nicht vergessen. Genau, dann nehmen wir die Black Rune mit und den Dice-Shard. Das ist super. Und das hier nehmen wir auch alles mit. Wo kam das blaue Herzchen denn jetzt her? Warst du noch gar nicht fertig mit Herzchen auskacken? Sehr gut. Schnappen wir uns noch eins. Wenn schon, denn schon, nicht wahr? So, und jetzt checken wir den geheimen Spiegelraum aus. Okay, ist ein Spiegelraum, nicht wahr? Spiegel-Eisraum. Schauen wir mal. Ich habe Angst vor diesen Dingern. Sehr merkwürdig. Wahrscheinlich helfen die eigentlich einem. Okay, ich gehe rein. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay. Okay. Okay, wir kämpfen jetzt gegen Isaac aus der Parallelwelt. Okay, sehr schön, sehr schön. Wir haben Bomben, wir haben Bomben, wir haben Bomben. Oh, guck mal, er hat Angst vor den Bomben. Wie krass ist der denn programmiert, Mann? Oh. Das ist jetzt ein bisschen... Oh, der macht jetzt andere Attacken. Okay, okay. Der schlägt jetzt auch noch aus dem... Boah. Oh, was zum Teufel ist das denn für ein krasser Gegner? Wie cool ist der denn? Ich will nicht sterben. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der hat bestimmt noch eine Form, oder? Boah. Oh, shit. Shit, 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 bombele... Na, er ist ausgewichen. Gut, er kann also... Er hat Gappi, er hat Tami's Head gerade eingesetzt. Jetzt wirft er mit Bomben. Okay, Freak. Go, 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 go. Jetzt ist der einfach versteinert und verbuggt. Und wir kriegen Mirror Shard. Okay, das ist also jetzt ein Mirror Shard. Das ist wahrscheinlich sowas wie das Key Piece bei den Engeln, nicht wahr? Oh mein Gott, ist das aufregend. Das macht so viel Spaß, Mann. Das macht so viel Spaß. Voll gut. Gut. So. Oh, ja. Die nächsten Folgen werden super. Die nächsten Tage werden super. Wir werden diese Mod schön auschecken. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht in diesem Run alles sehen. Oder in den nächsten zwei... Naja, wir haben sicherlich noch ein paar Items auszuchecken, nicht wahr? So. Gut, let's go, Mann. Lass uns in die nächste Ebene und mal gucken, was jetzt mit unseren Stats passiert. Und was passiert mit unseren Stats? Wir kriegen... Plus Range, plus 12. Ich hab also meine ganzen Herzchen nur für Range geopfert. Oh, Mann. Ich füll Damage ab oder sowas. Na gut, ich meine, Range ist gerade gut in unserem... Ah, vielleicht macht es ja die Stats hoch, die wir gerade brauchen. Die gerade tief, also niedrig sind. Das kann auch sein, nicht wahr? Ob ich mit dem Dice-Shard, also mit dem Shard auch attackieren kann, würde ich gern testen. Aber gleichzeitig möchte ich nichts riskieren und nicht getroffen werden. Und der Typ explodiert. Sehr gut, weiter geht's, Mann. Ist übrigens eine normale Ebene wieder, ne? Das heißt, wir müssten jetzt den nächsten Eingang suchen, der sicherlich im Shop drin ist oder so. Schnappt ihr das mal? Dankeschön, sehr schön. Da sind wir schon mal ein bisschen safe. Und haben gute Chancen auf einen Deal. Hier war zum Beispiel The Wiz jetzt sogar ganz gut, nicht wahr? So, wir haben 99 Bomben. Ich sollte vielleicht nach einem Magic Mushroom suchen. Das wäre, glaube ich, eine nette Idee. So, ich muss eh nochmal zurück gleich. Checken wir uns das gleich im Nachhinein aus. Okay, sehr schöne Fliege, die direkt explodiert und am Eingang steht. Das ist natürlich lustig. Das ist genau Edmonds Humor. Und boom. Okay, sprengen wir das hier. Sprengen wir dies und sprengen wir jenes. Magic Mushroom? Kein Magic Mushroom. Ah, schon wieder Curse of the Blind? Ist das dein Ernst? Das ist ja jetzt dämlich. Das ist schon wieder Curse of the Blind. Und wir haben wieder keine Chance auf einen Angel-Deal. Das ist ja super merkwürdig. Das ist super merkwürdig. Naja, wir machen auf jeden Fall den nächsten Run dann mit jemand anderem, mit Isaac. Und dort sehen wir dann, ob Sarah einfach nur verbuggt ist und komisch ist. Oder ob die Mod falsch installiert wurde oder sonst was. Das Problem ist, man. So. Oder vielleicht spielt ihr die Mod auch und könnt mir dann sagen, vielleicht habt ihr da die Lösung oder wisst, was abgeht. So. Das wäre ziemlich scheiße sonst. Okay, wir haben den Dice-Shard, aber den Dice-Shard kann ich nicht einsetzen, weil ich weiß ja nicht, welche Items da sind. Ist das dämlich, man. Die Guillotine. Natürlich. Natürlich die Guillotine. Weil der Run ja nicht schon verwirrend genug ist, dass ich doppelt schieße, nicht geradeaus. Gleichzeitig schieße ich auch noch, ähm, rückwärts. Und jetzt fliegt mein Kopf auch noch hin und her. Na, wenn das nicht super lustig ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das nicht unser Humor ist, dann weiß ich auch nicht. So, hier sind noch mehr Pilze. Gib her, gib her, gib her. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal diesen Boss hier. Big Whore, sehr schön. Ich habe genug Bomben, um dich zu füttern. Also, zeig dich ruhig, zeig dich ruhig. Kommt hier hoch. Ja, sehr schön. Okay, kann ich das hier? Na, nicht getroffen. Verdammt nochmal. Voll schwer mit dem Whis. Scheiß, Scheiß. Okay. Na, komm. Ja, ja, er hat sie gefressen. Okay, sehr schön. Jetzt Attacke, 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 Attacke. Und bekommen wir einen Deal? Oh, wir bekommen die Deals nicht. Crack Jacks? Ach, Bullshit. Ich bekomme die Deals nicht, weil ich ein gefallener Engel bin oder was? Das ist auch super komisch. Wir haben Engel Deals, aber... Ach, egal. Egal, 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 nicht wahr? Hoffen wir einfach mal, dass das ein kleiner Fehler ist, der vielleicht noch gepatcht wird oder sowas. So, gucken wir, ob hier der Geheimraum ist oder da. Wir haben genug Bomben. Und wir brauchen die Secret Rooms. Jetzt haben wir leider keine blauen Herzchen mehr für die nächste Ebene. Noch nicht. War im Shop einer? Oh, keine Space Items. Das, na, wobei, ich bräuchte eigentlich Space Items. Ach, weißt du was, wir nehmen das hier mit? Passive Items sind cooler, definitiv. Definitiv, okay. Das ist sehr schwer zu achten, wo man hinschießt. Gleichzeitig zu achten, wo der Körper ist, man. Okay, okay, okay. Katastrophe, Katastrophe. Katastrophe. Ich hoffe, wir finden den D-100 oder irgendwie einen anderen... Ähm, ja, nimm das mal mit. Aber nur, wenn du mir ein blaues Herzchen gibst. Oh. Ich hoffe, wir finden einen Würfelraum. Einfach, um das hier zu rerounen. Weg damit. Mit diesem Scheiß. Okay. Ich setze hier noch keine Bombe ein. Das wird zu schade jetzt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, natürlich macht er so eine Scheiße. Gut, 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 gut. Da ist ein halbes blaues Herzchen. Das behalte ich noch. Ich nehme es nicht mit. Sondern erst, wenn wir die nächste Ebene betreten, um zu gucken, was dann passiert. Ich hätte auch gerne mal ein goldenes Herzchen oder ein schwarzes Herzchen. Hatte ich ein schwarzes Herzchen? Moment mal. Hatte ich nicht ein schwarzes Herzchen? Und dann habe ich Damage abbekommen? Ja, okay. Dann macht er also schwarzes Herzchen Damage ab. Blau macht Range ab. Und Gold macht wahrscheinlich Tears ab oder sowas. Weiß ich doch nicht. Sehr schön. Noch ein blaues Herzchen. Okay. Ich würde das gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Aber gut, du warst schneller. So. Zacki, zacki Raum. Perfekt. Da gehen wir gleich rein. Auch wenn es sehr gefährlich wird. Dann kommt drauf an. Wenn wir hier getroffen werden, gehe ich da nicht rein. Und tschüss. So, Konzentration, Konzentration. Nehme ich vielleicht ein paar Pilden mit? Was ist das hier? Lockdown? Oh man ey. Das mir jetzt das einzige Luck weggenommen. Was für einen scheiß Haufen. So. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Öffne die hier. Sehr schön. Ah, da ist noch ein Kackhaufen. Machen wir. Und dann gehen wir jetzt mal rein und kommen nur mit einem halben Herzchen raus. Das heißt, hier drin dürfen wir jetzt nicht getroffen werden. Na, Halleluja. Erstmal eins öffnen. Oh, hier ist ein Spin. Oh mein Gott, die sind fast zu mir geflogen. Okay, noch mehr Spin, aber freundliche Spin. Goathead. Ne, die Feder, womit Angel Deal Items. Bestimmt ziemlich cool mit diesem Charakter, wenn er funktionieren würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ja ziemlich gut ist, wenn er funktionieren würde. Moment mal, ich hab ja... Oh, oh. Okay, wir gucken mal in den Kampfraum rein. Aber das wird ziemlich gefährlich. Da sollten wir... Okay, nur wenn da was ganz Gutes drin ist. Ich tue's. Komm, gib mir rote Herzchen. Nein, was ist das denn hier? Infamy. Okay, okay. Ich hab das Gefühl, hier wurde irgendwie der Damage erhöht. Äh, die Spawn Rate von Items. Nicht fressen. Nicht fressen. Nein. Oh Gott. Okay, was ist das hier? Das ist Rune Bag. Sehr schön, dann kriegen wir jetzt ein paar Rune. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du meine Bombe auch einsaugen? Das wird ziemlich cool. Ziemlich fresh von dir. So, und wenn da jetzt ein rotes Herzchen drin ist, bitte nicht ein... Nicht fressen. Yes. Okay, okay. Das sind wir wenigstens ein bisschen safe, Mann. Komm her, komm her, Kollege. Äh, es ist sehr schwer, dich zu treffen, wenn man Schreck schießen muss. So. Oh Gott. Das hat uns einfach mal ein ganzes Herzchen geklaut, Mann. Und das war noch nicht alles. Hier kommt jetzt der nächste Typ. Und das wäre schön, mal keinen Kurs auf der Blind zu bekommen, jetzt in der nächsten Ebene, damit ich vielleicht auch mal Dice-Chart einsetzen kann oder so. Auch wenn die Items eigentlich ziemlich gut sind. Nur schieße ich rückwärts. Das heißt, Infamy wird mich nur schützen, wenn ich dann von hinten getroffen werde. Und das ist, glaube ich, nicht auch der Fall. So, einen Schlüssel bekommen. Okay. Wieso nicht? Schlüssel sind auch ganz gut, denke ich mal. Okay. Weiter geht's. Hier war nichts mehr, nicht wahr? Da oben war nichts mehr, hier nichts mehr. Wir haben keinen Eingang gefunden. Im Shop ist er definitiv nicht drin gewesen. Okay. Gehen wir mal weiter. Boah. Das wird ein Abenteuer mit diesen ganzen... Oh, habe ich Pilze gesprengt? Ja, ne? Das wird ein Abenteuer mit den Bonus-Ebenen, die ist das? Okay, wir gehen weiter. Ich dachte, hier ist vielleicht der Super-Geheimraum. Aber nein. Wir haben nicht mal den normalen Geheimraum gefunden. Scheiße, ne? Das ist da unten wahrscheinlich. Okay, let's go. So, mit dem Rune-Bag zu arbeiten, wird jetzt wahrscheinlich ziemlich cool. Necropolis 1, kein Fluch und wir haben unser halbes Herzchen geopfert und es ist nichts passiert. I don't get it. Jetzt muss ich vielleicht im richtigen Moment drücken oder sowas für irgendetwas. Oh, das ist ganz nett, ganz ehrlich. Das ist ganz nett. Allein schon für diesen Raum hier. Ich setze es mal ein, weil wir kriegen so viele Rune. Wir kriegen bestimmt gleich noch tausendmal Dice. Oh ja, guck mal, die kriegen Blutungsschaden. Ich meinte, wir kriegen hundertprozentig gleich noch, ganz oft. Oh, Gis. So, lass uns mal zurückgehen und die Black Rune mitnehmen. Schade, ich würde sehr gerne in den Zaki-Zaki-Raum gehen, jetzt mit diesem Effekt an. Aber naja. So, oh oh, das ist natürlich sehr geil jetzt. Das ist natürlich sehr geil jetzt. tzzzzz ZBX10 Over harmer geil so Ich merk grad, die Eisebene hat jetzt die Ebene übersprungen, also die Keller 1 oder so Dev, komm, wir setzen Dev mal in dem Raum links ein, let's go Die Medellinem, die Dienem da sind bestimmt so Viecher, die ja auch einen zumailen, ne, irgendwie nicht Aber Viecher, die zu viel aushalten hab ich gehört okay das ist jetzt einfach mit dem kopf rein und ich kann immer noch mit face reward kämpfen und so tun als wären dass meine tränen nur schießt er sehr langsam aber im notfall geht es sicherlich so was haben wir hier das ist schwarzmarkt vielleicht wo sieht danach aus nein die dumm die dumm 33 prozentige chance nur auf einen deal und hier ist ein schwarzes jahr sehr schön das nehmen wir ganz am ende mit das nehmen wir definitiv ganz am ende mit und gucken dann was passiert ob wenn der mit spust bekommen oder nicht so ist er noch eine hand geflohen oder nein so mitnehmen wir kriegen ja eh keine insel oder der will die jetzt nicht wahr deswegen kann ich auch einfach drauf scheißen und der mit kriegen was super traurig ist irgendwie aber naja da kann ich jetzt auch nichts machen so ein succubus wäre jetzt auch ganz nice so ein succubus wäre jetzt auch ganz nice da ist der shop sehr gut ob diese blauen jaffigen kackbums fliegen ach du heilige scheiße wir legen und definitiv eine bombe definitiv okay da habe ich mit dem köpfchen gearbeitet kommt noch eine bombe rein kommt mal jetzt her sehr schön diese blauen fliegen man das sind die 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 hasch fliegen oder sieht aber irgendwie cool aus okay was haben wir hier drin es ist eine jogger karte tourfahrt könnten wir definitiv einsetzen sehr gut blaues scherzchen könnten wir mitnehmen sehr schön und weiter geht's okay noch mal diese spinnen die super viel aushalten okay da die 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 rein mit der bombe naja der geheimraum cup theatre tatsächlich dort rührte scheiße ich muss auf mein körper achten zum system ich was wir hier haarglas was mache ich mit dem Haarglas kaputt. Da ist auf jeden Fall der Boss. Das heißt also, die Black Rune wäre jetzt eigentlich ziemlich nice. Lass uns mal den Rest der Ebene auschecken. Und ich könnte jetzt auch in den Zaki-Zaki-Raum rein. Das halbe blaue Herzchen. Wahrscheinlich müssen die Herzchen voll sein. Dann bekommt man ein Stat-Boost oder so. Oh ja, das ist lustig. Das ist lustig. Dieser Raum ist lustig. Super lustig. Okay, super lustiger Raum. Da könnte ich mich immer bei Pieseln verlachen. Uh, was ist das hier? Ice of Clubs, ist es denn ernst? Aha, aha, aha. Da ist die Black Rune. Her damit, danke. Keine blauen Steine. Der Relic wird super aus einem Angel-Deal. Aber Sarah will anscheinend keine Angel-Deals. Sarah ist gegen Angel-Deals. Doofe Kuh. So, gehen wir rein. Scheiß drauf. Missing Poster, ist das dein Ernstmann? Guck mal, wir haben 100% jetzt Angel-Deal-Chance oder irgendwas Chance. Moment mal. Vielleicht funktioniert das ganz anders mit ihr tatsächlich, ne? Ich müsste jetzt mal den Boss machen. Hyro-Friends, sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Checken wir mal noch die restlichen Räume aus hier. Auf die ich überhaupt keinen Burg habe. Okay, okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen soll. Das ist alles gerade. Nur Zufall, dass ich richtig stehe. Okay. Könnten wir die Kollegen jetzt mal auch? Gott sei Dank wurde ich da jetzt gerade nicht getroffen. Das macht wirklich super viel Spaß. Ich arbeite jetzt mit meinem Kopf, weil das macht irgendwie mehr Sinn, weil ich mit dem Rest gar nicht klarkomme. Wir sind Necropolis 1. Okay, lass uns definitiv... Ach, den Itemraum noch suchen. Genau. Den Itemraum. Oh, oh. Bisschen Speedtab wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Nur am Meckern, diese Holly. Bisschen das wäre nicht schlecht. Bisschen hiervon. Ach du Scheiße, sind hier viele Hände. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier so viele Hände sind. Okay, komm schon, Fate. Du musst jetzt so tun, als wärst du meine Träne. Sehr schön. Bercano, setzen wir ein. Sind die nächsten Räume vielleicht ein bisschen einfacher zu klären? Oh ja, vor allem diese nervigen Fledermäuse. Und der Itemraum hat sich irgendwo am Arsch der Welt versteckt. Na, da ist er. Halleluja. Oh nein, nicht dieser Raum, wo ich definitiv immer getroffen werde. Oh, okay. Ghost Baby. Ich meine, ich hätte es einsaugen können, aber... Ich hätte es einsaugen können eigentlich, ne? Aber ich fand das so lächerlich, dass ich es mitnehmen wollte. Let's go. Nehmen wir jetzt noch das schwarze Herz hier mit und machen den Boss, okay? Ich fand es so lächerlich, dass ich einfach... Ich wollte es mitnehmen. Ghost Baby jetzt an meiner Seite. Let's go. Alles ist jetzt gut. Mhm. Uhlala. Uhlala. Zack. Nehmen wir das hier mit. Werden hoffentlich gleich nicht getroffen vom Boss. Und da ich faul bin, gehe ich einfach hier durch. Ach, da ist schon offen. Okay. Vielleicht noch ein schwarzes Herzchen? Oh? Tour of Spades? Ja, nehme mit. Nehme mit. Da kann man nie genug von haben, von den Schlüsseln. So. Immer noch keinen Eingang gesehen, ne? Hey, Loki. Okay. In so einem engen Bereich. Das ist natürlich lustig. Sehr schön. Ach, diese blöde Fliege müssen wir jetzt versuchen, irgendwie zu treffen. Ist das ein Akt, Mann. Ist das ein Akt, sag ich dir. Go, 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 go. Yes. Man muss also eine hundertprozentige Chance haben? Oh, Halo. Ja, das nehme ich definitiv mit. Nehmen wir mit und... Oh. Ich habe jetzt... Warte mal, was war das? Was war das? Wenn ich Angel Deals mit... Warte, ich muss Schaden nehmen, um Angel... Boah, der Charakter ist voll merkwürdig und kompliziert. Ich verstehe ihn nicht. Ich bekämpfe dich einfach mal ganz kurz. Let's go. Oh, ganz kurz bekämpfen ist gut, ne? Das ist ganz gut. Dieser Typ ist nämlich ziemlich... Okay, hier möchte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Schaden nehmen. Ich möchte hier ehrlich gesagt keinen Schaden nehmen, mein Freund. Okay. Und da habe ich Schaden genommen. Also, wie funktioniert das mit diesen Angel? Ich wurde getroffen. Ich muss Damage nehmen. Ich muss Damage nehmen für... Die Chance auf einen Deal. Macht Sinn, macht Sinn. Mein schwarzes Herzchen darf nicht weg. Wir müssen das schwarze Herzchen beschützen. Okay, sehr gut. Das macht mich leicht aggressiv. Das macht mich leicht aggressiv jetzt hier. Diese Bullshit-Items. Dass ich da nicht richtig zielen kann. Das macht mich leicht aggressiv. Ist das ein Perfro? All G's. Ja, super. Kommst ein bisschen zu spät. Okay. Habe ich jetzt nicht gererollt. Ich will lieber rerollen, wenn wir mehr Items haben. So. Im Angel-Deal. Und wir kriegen auf jeden Fall 0,3 Damage dazu. Und so. Und sehr viel Range. Und da sind die Herzchen jetzt weg. Wir können... Wir können fliegen. Wir können fliegen aus irgendeinem Grund. Okay. Das ist gut, dass wir fliegen können. Und ich muss anscheinend Damage nehmen, um... Okay, das ist Jera. Jetzt haben wir zwei Black Roots. Ich muss Damage nehmen, um einen Deal zu bekommen. Nicht wahr? Aber ich darf nur einmal Damage nehmen. Ich muss mich bestrafen, dafür einen Deal zu bekommen. Aha, aha, aha. Das mache ich ganz am Ende. Ganz am Ende gehe ich wieder in den Zacki-Zacki-Raum. So wie auf der letzten Ebene. Außer ich werde jetzt vorher getroffen von einem Gegner. Das kann natürlich auch passieren. Okay, ein paar Pennyboys. Hat Wege getan, ich, wa? Sehr schön. Go, 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 go. Wo ist der Nächste? Na? Hör auf zu hüpfen. Zeig mir dein Köpfchen. Hör auf zu hüpfen. Hör auf zu hüpfen. Wow, wow, wow. Ist das schwer zu zielen mit diesem Kopf, der sich dreht und gleichzeitig rückwärts zu schießen. Oh, wow. Okay, jetzt haben wir die Chance bekommen. Jetzt müsste ich den Teufel kriegen. Beziehungsweise jetzt ein blaues Herzchen. Jetzt wäre ein blaues Herzchen ziemlich gut. Ui, 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 ui. Wir haben schon ein blaues Herzchen, blaues Herzchen irgendwo. Irgendwo von irgendjemandem. Okay, was ist das hier? Der Gas? Haarglas. Das ist nicht richtig, Mann. Das ist nicht richtig ein schwarzes Herzchen. Das nehme ich mir. Gleich. Definitiv. Gut. Yes. Weg mit denen. Und hier ist der Boss. Okay, aber ich muss noch den ganzen Rest abchecken. All das im Raum Shop und so. Und ich brauche ja auch noch den anderen Eingang in die Eiswelt. Nicht, dass er hier irgendwo ist. Oh, ja, nice. Nehmen wir kurz mit. Und machen wir ein bisschen Geld draus. Wartet mal, waren hier sehr viele Steine? Na, so ein großer Raum mit ganz vielen Steinen. Wer mit Haarglas jetzt ganz gut und dem Trinket. Müssen wir uns mal merken. Aber nur, wenn im Shop jetzt etwas Gutes drin ist. Dankeschön. Boah, ich will gar nicht wissen, wie die Eis-Ebene jetzt sein wird mit diesen... Mit Guillotine und alles. Die waren ja ziemlich schwer. Da gab es ziemlich abgefahrene Gegner, die ich nicht gecheckt habe. Und ob die zweite Eiswelt dann auch gut aussieht? Ich meine, es muss ja eine geben, oder? Weil wir haben nur ein Spiegelstück. Es wäre natürlich cool, wenn der Isaac, der aus dem Spiegel kommt, so exakt die gleichen Items hat, wie ich, und damit kämpft, oder? Wäre, glaube ich, zu heftig. Das wäre, glaube ich, zu heftig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Idee war. Aber dann dachten die sich, nope, das ist zu heftig. Das ist zu stark. So. Ups, 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 ups. Was ist das? Das nehmen wir mit. Sehr schön. Oh, da ist der Shop auch. Und hier haben wir wieder ein paar Penny Boys. Hat man. Ja, genau. Rauf auf Pin, rauf auf Pin, rauf auf Pin. Oh mein Gott, ist das werflich. Dum, die Dum, die Dum, die Dum, die Dum. Ich wäre jetzt für Tag 10. Ich wäre jetzt echt für eine Runde Tag 10, man. So. Du musst nicht treffen lassen. Ähm, okay. Das nehme ich mit. Und ich nehme definitiv nicht das mit. Weil dann werden Sachen auch doppelt eingesetzt. Das ist blöd. Dann rerolle ich zweimal mit dem Dice-Shard. Zum Beispiel. Ne, darauf kann ich verzichten. So. Okay, gefallener Engel. Hoffentlich werden wir noch einen Angel-Deal mit dir bekommen. Schön auf den Körper achten manchmal. Okay. Hier noch ein bisschen Geld, aber das ist der letzte Shop gewesen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen dämlich. Oh, Luck Up. Sehr schön. Dafür hat sich das gelohnt. Ne, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich bräuchte jetzt eine Karte, mit der ich mich rausporten kann. Ganz ehrlich. Ja. Das wäre jetzt optimal, damit ich den Boss machen kann. Und dann auch in den Zacki-Zacki-Raum rein kann. Okay, hier ist der Kampfraum. Da komme ich aber alleine nicht rein. Arcade-Room vielleicht irgendwo? Ach, ist das ein Scheiß. Ich glaube, hier setze ich die Black Rune ein, oder? Ja, Mann, weg damit. Wir haben ja hier noch eine Black Rune. Und eine Karte, mit der wir uns rausporten können. Wir gehen jetzt schnurstracks... Ah, vielleicht... Wartet mal. Der Itemraum fehlt noch. Hier ist der. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der Typ hier, der macht mir Stress. Der macht mir Stress. Der sollte schnell sterben. Der Typ hier macht mir Stress und sollte schnell sterben. Sehr schön. Sehr schön. Wow. Ein heftiger Raum nochmal hier. Und wir haben das Brimstone-Baby. Wisst ihr was? Ich werde nur noch damit kämpfen. Okay, wir haben auf jeden Fall das Stars. Das nehme ich mit. Wir haben einmal einen Dice-Shard. Wenn wir jetzt den Deal bekommen, das ist gut. Wir müssen halt nur jetzt Mom töten, ohne getroffen zu werden. Und das wird sehr kompliziert. Das wird sehr kompliziert jetzt. Scheiße, Mann. Das wird echt sehr kompliziert jetzt. Egal, aber machbar. Es ist auf jeden Fall machbar. Ich sollte... Ich hoffe, es ist die normale Mom. Dann sollten wir definitiv mit dem Kopf kämpfen. Let's go. Es ist Mami. Es ist die normale Mami. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf den Körper achten. Auf den Körper achten. Auf den Körper achten. Sehr schön. Brimstone-Baby is ready. Auf so viele Dinge muss ich achten. Ich bin überfordert. Okay. Okay. Wir haben Penance. Es appeared in the basement. Oh, das ist das Item, womit sie startet, nicht wahr? Und sehr schön. Wir nehmen auf jeden Fall das hier mit. Boah, hab ich meinen Butt geklencht, Mann. Und wir kriegen hier dieses Item und das da. Nein, wir machen definitiv... Wie ist... Die Träne von dem Feuer ist sehr komisch geflogen. Ja, das Item ist zwar cool, macht lustige Tränen. So, die sehen bunte aus. Aber wir wollen was ganz anderes. Wir wollen was ganz, ganz, ganz anderes. Nicht diesen Shit hier. Oh, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ai, 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 ai. Kann es sein, dass der... Dass diese... Egal. Ich habe keine Ahnung, was es sein kann. Oh, mein Gott, wie das Ding geflogen ist. Super geil, Mann. Super geil. Okay, nur ein Herzchen hier. Das ist natürlich doof. So, wir rerounen jetzt erstmal. Und bekommen gar nicht mal so gute Items. Juhu. Ja, den Heiligen Gral nehmen wir. Das ist ein HP ab. Und ich nehme das hier mit. You feel blessed. Und jetzt erstmal rauspotten. Und den Rest auschecken. Wie zum Beispiel... Black Kroon mitnehmen. Oh, hier ist noch eine Perfrow. Oh, traurig. Da komme ich nicht rein. Vielleicht werden wir... Ich habe ja nichts mehr im Angel-Deal. Naja, für den nächsten Deal, ne? Für den nächsten Deal. Ne, mache ich nicht. Verdammte Axt, Mann. Verdammte Axt. Gut, lass uns in die nächste Ebene gehen. Wir haben ein Damage von 10. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen nicht weit, ne? Es geht nicht voran. Es geht nicht voran mit unserem Damage und unseren Stats und unseren Tränen. Es wird nur schlimmer. So, Curse of the Maze. Hoffen wir mal, dass jetzt hier der nächste Eingang irgendwo ist. Und ich hoffe, ich muss ihn nicht... Ähm... Ich hoffe, ich muss ihn nicht die gesamte Ebene auschecken. Es wird ziemlich cool, jetzt einen Kompass zu haben, Mann. Sehr gut, Brimstone Baby. Jupp, Brimstone Baby ist definitiv unser MVP, Mann. Der rettet uns jetzt den Arsch und wir müssen gleich auf jeden Fall Damage nehmen wieder. Aber kein zweites Mal. Ich habe dich langsam verstanden, Charakter. Ich habe dich langsam verstanden. So, okay. Weiter geht's. Hier nach oben. Zap, 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 zap. Sehr schön. Nimm die Bombe mit. Ja, das ist jetzt die Frage, Mann. Mache ich das jetzt oder nicht? Vielleicht kriegen wir noch Ansos, das wäre super gut. Dann könnten wir direkt sehen, ob hier irgendwo ein besonderer Raum ist. Beziehungsweise, die sieht man ja gar nicht, ne? Die tauchen einfach so komisch auf. Die tauchen einfach so ganz komisch auf. Aber ich denke mal, die platzieren den Eingang. Okay, wir wurden getroffen, dürfen kein zweites Mal getroffen werden. Ich denke mal, aber die werden das schon so platzieren, die Eingänge, dass man sie auch wirklich findet. Wobei, manchmal hat man auch keinen Schlüssel für den Shop. Stimmt auch wieder. Oh, der ist bestimmt bei Hush. Der ist bestimmt bei Hush, der nächste Eingang, oder? Oh Gott, ist ein neuer Gegner. Bitte keine neuen Gegner. Nicht in diesem Moment jetzt. Nicht in diesem Moment jetzt, Mann. Keine neuen Gegner. Ich darf nämlich nicht getroffen werden. Und ich glaube, das blaue Herzchen schützt uns nicht. Man darf mit Sarah tatsächlich nur einmal getroffen werden. Als Strafe. Sie bestraft sich selber, um sich dann zu belohnen, oder so. Shit, keine Ahnung. Okay. Okay, Brimstone. Sehr gut. Gute Arbeit leistest du. Gute Arbeit. Sehr guter Arbeit leistest du. Na komm her, Kollege. Nicht weggehen. Irgendwas lebt hier noch. Ach so, hier ist ein kleiner Spucker. Verdammt, du hättest das auch mitnehmen können, ne? Duckbomb. Vielleicht hättest du damit was mehr anfangen können als ich. Oh, ne Kiste. Vielleicht ist da ein rotes Herzchen drin. Nein. Das ist nur das Item, womit du dein Space-Item dann fallen lassen kannst, wenn du es einsetzt. Okay, das blaue Herzchen schützt uns doch. Das blaue Herzchen schützt uns doch. Interessant. Interessant. Degas. Ivos. Das Herzchen schützt uns tatsächlich. Okay, gut. Hier könnte ein roter Herzchen drin sein, aus dem du dein blauer machen kannst, bitte. Hier vielleicht. Na komm. Oder eine Plazenta oder sowas. War ich das für beide? Ja, guck mal. Nimm das mal. Und Velu schmeißt mir jetzt eine Spinne ins Gesicht. Dankeschön. Okay. So, wir haben Void und Purphrow. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Ist das ekelhaft. Das ist ekelhaft hier. Yes, weg damit. Boah, dieser Run wird mehrere Stunden gehen, nicht wahr? Bis wir hier fertig sind. Und ich hab das Gefühl, die fliegen irgendwie schneller runter, ne? Und es sind definitiv mehr Hände. Definitiv. Es sind definitiv mehr Hände. Hier haben sie ein bisschen dran geschraubt. Die dachten sich, na, irgendwie ist der Raum viel zu einfach. Den sollten wir verändern. Ganz viele Hände, die schneller fliegen. Goal. Okay. Sehr gut. Oh, wir haben den Boss gefunden. Zum Glück. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt direkt mit ihm beschäftigen. Okay. Dann können wir uns jetzt direkt mit ihm beschäftigen. Super Geheimraum. Ja, tatsächlich ist er dort. Gut, 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 gut. Oh, hallo. Hallo, interessanter Raum. Ha, ha, ha. Hey, Darkbam, du könntest auch ruhig deinen Job machen, ne? Jawohl. Schau dir das mal alles an. Na, was kriegen wir? Sehr gut, sehr gut. Mal ein schwarzes Herzchen. Wie wär's damit? Okay, go. Das sind die Wiz-Sisters. Shit, man. Boom, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na komm, einer von dem muss definitiv sterben. Aber der andere darf gleichzeitig nicht viel Leben haben, sonst dreht er komplett durch hier. Yes. Und wieder ein Angel-Deal. Wie gut ist das denn noch eine Perfro? Oh, Doppelperfro. Yes. Leider nur ein Item, aber Doppelperfro, man. Setzen wir auf jeden Fall hier ein. Setzen wir definitiv hier ein. Wir kriegen bestimmt auf der nächsten Ebene auch noch ein paar. Perfros. Das soll man nicht treffen lassen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, mein Freund. Das gefällt mir nicht, mein Freund. Was kriegen wir hier? Wafer. Ah, das ist bestimmt ganz lustig, Mann. Nehme ich mit. Wafer wird uns sicherlich den Arsch retten und... Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. So, und ich nehme das HP-Upgrade aber nicht mit und sauge es einfach mal ein. Hey, Tierschab. Und Speed-Up. Das ist doch gut. Okay, ich habe jetzt die gesamte Ebene nicht ganz gecheckt, Mann. Ich hoffe, da war nicht der Eingang. Wenn doch, dann wissen wir es beim nächsten Mal besser. Wir kriegen... Ich glaube, wir haben einfach nur Range dazu bekommen. Kann es mir mal aufhören, Range dazu zu geben? Ich habe langsam genug Range. Nur weil ich am Anfang gesagt habe, ich brauche Range, heißt das nicht, dass du jetzt mich vollpumpen musst mit Range, Mann. Scheiße, ey. Wir haben definitiv zu viel Range. Wir schießen gleich viel zu hoch. So. Gut, 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 gut. Okay, wir wurden getroffen. Wir hatten nur ein blaues Herzchen. Das ist halt das Blöde. Wenn wir jetzt getroffen... Wir müssen jetzt getroffen werden, stimmt ja. Dieses Furzgeräusch, wirklich angenehm. So, wir müssen ja einmal getroffen werden, genau. Das machen wir aber gleich. Hey, guck mal, hier ist ein kostenloses Item. Scorpio, Poison-Tiers, sehr nice. Poison-Tiers sind sehr gut, sollte man nicht unterschätzen. Na komm. Na komm, zeig dich. Ja, dann beschäftige ich mich halt mit den anderen erstmal. Sehr gut. Und... Sehr gut. Den Kampfraum, den kann ich leider nach dem Nichten machen. Der Türstopper hält die Tür offen. Ne, 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 da behalte ich lieber jetzt mein jetziges Item. Ja, sehr schön. Vergiftet euch alle, ihr Mistviecher. Sehr gut. Und einfach nachher ran und kuscheln. Was haben wir hier? Arnzus. Setzen wir mal ein. Mal gucken, ob wir hier etwas Besonderes sehen. Sieht nicht so aus. Hm, sieht nicht so aus. Nichts besonderes entdeckt. So, Bombe legen. Haben wir noch genug von. Vielleicht sollten die Bombe auch treffen. Auch wenn wir genug davon haben. Treffen wäre schon ganz gut, nicht wahr? So viel Lack ab und wir haben wieder ein blaues Herzchen. Oh Mist, das hätte ich später aufheben sollen. Und wenn ich mich treffen lasse. Ah. Man muss ganz anders denken jetzt mit Sarah. Ganz anders. So. Ähm. Ja, den super Geheimraum würde ich irgendwie schon gerne auschecken, ehrlich gesagt. Okay, nochmal Arnzus bekommen. Das ist schon mal eine gute Hilfe. Und dieser Raum ist mit Poison-Tiers super easy. Weil sie sich da nicht spalten können. Was sie aber trotzdem jetzt gemacht haben. Weil sie nicht mehr vergiftet waren. Scheiße. So. Sehr schön. Dann lass uns mal in den Geheimraum rein. E-Wars. Schwarzmarkt. Oh. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Oh, ganz viele Herzchen. Okay, pass auf. Dann mache ich mir jetzt gleich Damage und nehme dann diese Herzchen mit. Das ist krass. So, schnabulier das hier. Schnabulier es dir. Ups, ich wollte es nicht mitnehmen. Sehr gut. Drop den Schissel-Diesel. Ich mache mir kurz Autsch. Und mache mir nochmal Autsch. Ähm, okay, ein Gegner muss mich treffen, oder was? Gut, dann lasse ich mich eben kurz vor dem Gegner treffen einmal. Das wird sicherlich nicht so schwer sein. Außer vielleicht von einer Superform. Äh, ob, wieso, erhöht sich meine Chance nicht. Habe ich noch so viele blaue Herzchen, oder was? Wurden sie nicht gesnackt? Ich checkte gar nichts mehr. Ich checkte gar nichts mehr. Verdammt, da dachte ich, ich habe den Charakter jetzt verstanden. Und dann ist der ganz anders. Verdammt, 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 verdammt. Gut, dann haben wir halt hier keine gute Chance auf einen Deal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, nicht wahr? Oh, der Wayfar. Kann es sein, dass ich tatsächlich noch ganz viele blaue Herzchen hatte? Und ich habe den Wayfar. Ich habe ja... Aber nee, ich habe hier sehr oft Damage genommen. Ich weiß nicht doch nicht. Weiß ich doch nicht. Wir hatten definitiv roten Herzensschaden. Kein blaues Herzchen. Hallo. Ja, dann schnapp dir das mal hier alles. Hast du noch ein paar blaue Herzchen? Sehr gut. Let's go. Machen wir den Boss mal fertig. Das ist jetzt lives. Din, 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 din. Autsch. Das tat jetzt weh, ehrlich gesagt. Und das auch. Und ich gehe jetzt einfach mal aggressiv rein, weil du echt scheiße bist. Okay, kein Deal. Sehr schön. Dann gehen wir weiter. Rein hier. Verdammt, wo ist der zweite Eingang? In die Eiswelt. Mist, wir haben nur einen Dice-Shard gefunden. Nicht Dice-Shard. Ich sage immer Dice-Shard. Wir haben schon wieder Rage abbekommen. Mann. Was macht dieses Ding mit uns? Das ist ja voll blöd. Dann nehme ich halt noch ein paar blaue Herzchen mit, weil ich brauche noch mehr Range. Ja, Spiel. Danke. Gib mir ganz viel Range. Range ist toll. Gut, Anthos bringt hier nichts, weil wir haben Curse of the Lost. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir jetzt schnurstracks den richtigen Weg finden. 55 Minuten geht die Folge schon. Ach, du Scheiße. Ach, du je, mi, nee. So. Gott, wir fliegen unsere Tränen damit. Irgendwie cool. Ich glaube, das wäre schon cool, aber keine Space-Items zu haben ist dann doch irgendwie besser. Tja, wir haben leider kein goldenes Herzchen gefunden. Vielleicht kriegen wir auch nur, wenn wir Gold, Schwarz und Blau haben. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie einen krassen Damage-Boost. Kann es sein? Kann ich mir gut vorstellen, Mann. Ich will auch noch gar nicht nachlesen, was die Items machen. Wisst ihr? Ich will das erstmal irgendwie versuchen, selber rauszufinden. So. Autsch. Wir haben den Wafer. Deswegen ist das ziemlich cool, hier eigentlich durchzurasen. Kann man sich erlauben. Jarrah? Oh, ja, natürlich. Was war das hier nochmal? Autsch. Ja, wir nehmen Jarrah und Anthos mit. Das wird für die nächste Ebene super. Hallo, ihr Schweine. Ich mag euch nicht. Wusstet ihr das? Ich mag euch ganz und gar nicht. Yes, mit dem Kopf durch die Wand. Das muss. So. Ja, gönnt ihr das? Vielleicht... Ja, hat noch gerade gefehlt. Das halbe Herzchen. Für eine Ladung. Blaues Herzchen. Autsch. Autsch, 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 Autsch. So, her mit der Münze. Ja gut, wir haben leider jetzt... Also, wir haben neue Items gesehen. Wir haben eine neue Ebene gesehen. Wie es weitergeht, das werden wir nach und nach herausfinden. Isaac ist der Nächste dann. Mit dem werden wir spielen und werden dann rerounen können. Mit dem werden wir sicherlich noch mehr neue Items sehen. Das wird, denke ich mal, ziemlich cool. Hoffe ich. So. Ja, schnapp dir das rote Herzchen. Gönnest dir, mein Freund. Oder vielleicht darf man nur ein Blaues Herzchen haben. Exakt ein Blaues Herzchen für einen guten Boost. Oh, Perfro. Perfro und Geron. Natürlich nehme ich das mit. Oh, und ein kleines Damage ab. Na, das hat jetzt langsam gefehlt, ne? Sehr gut. Sogar ein bisschen Tears ab. Nice. Wir sind sogar unter 5 gekommen. Krass, wie habe ich das denn geschafft? Und, was haben wir hier? Ja, natürlich mache ich das. Oh, werden leider nicht weggeportet. Naja. Relax. Und... Bad Gas. Leider niemanden vergiftet. Uuuh. Upp, upp, upp. Ich wollte dich eigentlich füttern. Aber gut. So geht's auch. Na, wer spawnt als nächstes? Welcher Loser? Sehr schön. Sehr schön. Wow, unsere Fire Rate geht ja voll ab, Mann. Und Alge ist direkt einsetzen. Aber mit diesen Gegnern hier knuddeln. Da hat sich der Run noch ordentlich entwickelt, nicht wahr? So. Flops. Palim, 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 plim, plim, plim. Okay. Ich hoffe, so eine Stunde Folge ist ganz okay, Mann. Es ist, glaube ich, sogar viel zu lange. Aber für Leute, die einschlafen, ist es... Es ist optimal. Mal. So. Ich hoffe, ihr seid nach der Eisebene eingeschlafen. Ich hoffe, das war jetzt laut genug, sodass ihr denkt... Hä? Ist das Eisebene? Oh, wir gucken doch mal. Okay, da ist anscheinend ein Miniboss oder sowas. Das möchte ich machen. Vielleicht gibt's einen neuen Miniboss. Komm her. Zeig dich. Ah, nee. Ist einfach nur so ein Stachelraum. Und wir haben den Boss Gottseidank gefunden. Sehr schön. Weiter geht's, Mann. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So. Schön in ihm drinstehen. Autsch. Das tat weh. So. Da taucht der Dude auf. Direkt mit dem Kopf attackieren. Direkt mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Ah. Er ist vergiftet. Nein, ist er nicht. So. Und jetzt bekommen wir... E-Wars. Schwarzmarkt vielleicht? Nope. Jetzt bekommen wir sicherlich wieder ein bisschen Range ab. 77,2. Okay, wie viel haben wir jetzt? 80. Wir haben... Das gibt's doch nicht. 91 Range. Wohin soll ich denn schießen? Was denkst du, Spiel? So. Oh, ich hätte Perfro auch noch ablegen sollen und auch Geran. Ah. Oh, yes. 2020 ist gut. Nein, nein. Nein. Das ist ein Damage ab, nehme ich mit. Fire Rate und Damage Down brauche ich nicht. Piercing Shots, ja. Und das nehmen wir auch definitiv mit. Sehr schön. Und den Rest re-rollen wir. Judas Shadow. Das ist gut. Speed Up ist gut. Judas Shadow, vielleicht so eine kleine Lebensabsicherung. Und dich nehme ich mit, weil du einfach lustig bist. Let's go. Das sind jetzt... Oh, ja. 2020 hat ordentlich hier nochmal die Tränen verzaubert. Sehr nice, Mann. Und der Laser. Yeah. Oh. Oh. Wo ist die Eisebene? Gib mir die Eisebene. Gib mir die Eisebene. Gib mir die Eisebene. Gib mir die nächste Eisebene, verdammt nochmal. Sehr nice. Bin ich vielleicht falsch abgebogen? Oh. Nein, 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 nein. Ich dachte gerade, ich bin in der Eisebene irgendwo anders reingegangen und hätte nach dem Boss irgendwo reingehen sollen. Nein, nein. Quatsch, 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 Quatsch. Falscher Alarm. Tja, da haben wir jetzt die erste Folge mit riesen Kackwürsten gemacht, nicht wahr? Und sie geschafft. Wer kann das von sich behaupten? So. Zack, 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 zack. Einmal hier reinfetzen. Sehr gut. Oh, Vorsicht. Oh, das könnte wieder eine Jarrah sein. Könnten wir gleich mal auschecken. Wieso nicht, wieso nicht, wieso nicht. Ja, ansonsten ist dieser Run jetzt GG. Der Run ist definitiv GG Degas. Ja, da sind wir auch gleich ein. Ein Problem hier. Das ist kein Problem für uns. Okay, was haben wir hier im Sack? Justice. Justice, Justice, Justice. Joker-Karte vielleicht nochmal. Ah, jetzt noch so einen kleinen Deal. Das wird cool. Hm, badan, didi, ratadada. Magician nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm her. Boop. Und go. Vielleicht ist der nächste Eingang in die Eiswelt auch bei Delirium oder so, nicht wahr? Broken Wings haben wir freigeschaltet. Hey. Das ist also auch irgendein komisches Item. Wahrscheinlich sind die Broken Wings dazu da, um Angel Deals besser zu bekommen, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall sind meine Flügel jetzt ganz. Ich check ehrlich gesagt nichts mehr. Aber wir sind mit dem Pencil, weil wir so schnell schießen, schießen wir ganz oft solche großen Haufen Kackwürste. Soll ich mal die Ebene nochmal auschecken, um zu gucken, was wir so finden? Vielleicht kriegen wir noch irgendein Item, ne? Wenn schon, denn schon. Let's go. Wenn schon, denn schon. Müssen wir noch ein bisschen weit gehen? Hm, hm, hm. Nope, das ist einfach nur ein leerer Raum. Ach, tauchen jetzt gar keine Gegner mehr auf, oder was? So. Vielleicht kriegen wir noch ein neues Item zu sehen. Was? Hatten wir... Wir hatten nur ein neues Item, oder? Oder hatten wir zwei neue Items? Nur eins. Das Kackwurst-Item. I think. Ich kann mich an keins erinnern sonst. Nur das Kackwurst-Item. Direkt im ersten Raum. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt 25 neue Items. Uh, ein weises Herzchen. Das bringt aber nichts. Ich glaube, die haben hier 25 neue Items reingepackt. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Da ist noch der Geheimraum. Oh, ich hätte vielleicht den zweiten Schlüssel, also das zweite Schlüsselteil mitnehmen sollen für... für Mega-Satan. Vielleicht hätte sich da auch etwas versteckt. Ja, weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ah, scheiß, der die Dinger. Dim, dim, did, dim. Und wir haben echt eine krasse Range. Hätte ich jetzt Continuum... Wow. Dann würde der ganze Raum voll sein mit Tränen. Das ist echt eine krasse Range. Eine Range fast von 100. Boah. Leckt mich. Das ist krass. So. Gut, das waren dann alle Räume. Hier haben wir jetzt leider nichts mehr. Wahrscheinlich ist hier noch ein Magic Mushroom versteckt irgendwo. So, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Dann würde ich sagen, war es das? Die erste Folge, die erste lange Folge von Revelations, so heißt es nicht, wa? Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Mod. Ich hoffe, die Mod wird nicht verbuggt sein. Hatte ja klitzekleine Fehler, aber Dark Bomb ist ja jetzt zum Glück aufgetaucht. Wir haben es gecheckt mit den Deals. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gibt es ein neues Ending? Nein, gibt es nicht. Aber wir haben Sachen freigeschaltet. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Tschau.